hallo ihr lieben ja ich war gestern bei reisemobile behrens und habe diesen wunderschönen malibu wenn komfort 600 db abgefilmt und dann zu hause festgestellt dass ich die deutsche tonspur vergessen habe zu machen super zumindest jetzt bei der außenansicht von daher vielen dank noch mal an reisemobile behrens hier sehen wir die neu vorgestellten rahmen fenster die hat malibu jetzt mit dem modelljahr 2021 auf dem caravan salon eingeführt und letzten endes haben wir hier eine metall rahmen der um das fenster herum geht und es auch damit ein bisschen vor einbruch besser schützt dann haben wir da hinten die bullaugen fenster die sind ja schon eher bekannt und hier unten sehen wir die toilette den toilettenschacht die stromeinspeisung und den kamin der truma heizung dann haben wir auf der rückseite die altbekannt das altbekannte heck inklusive der parksensoren die man da unten sieht an der stoßstange und haben wir hier noch den wasser einfüllstutzen und das war es die treppe ist da unten schon ausgefahren weil ich jetzt auch gleich das fahrzeug hineingehe gut soweit von der außenansicht jetzt führe ich euch mal mit in das fahrzeug hinein so ihr lieben das ist jetzt der 600er von drinnen auch eine interessante farbgebung ich mag das sehr da mit diesen roten akzenten dieses braun das leder und der stoff das passt hervorragend das sieht wirklich toll aus auch jeder der kämpfe von der beifahrseite haben umgedreht wir haben den ähnlichen boden wie in dem 640er die küche ist identisch wir haben auch hier diesen flip out tisch stellen die arbeitsfläche vergrößert das gefällt mir sehr gut dann haben wir hier unten schon mal direkt im eingang passend um gut ranzukommen den mülleimer und wenn man das jetzt wieder schließt sieht man direkt wir haben hier die lichtschalter der schalter für die stufen und eine 230er steckdose so dann haben wir auf der seite hier die große große stauraum klappe die mache ich euch gerade mal auf das war drückt man hier auf den hebel anspringen diese verschlüsse hoch zack zack und dann hat man hier diesen gigantischen stauraum wo man schuhe und alles rein kriegt regenschirm vielleicht oder die die jacke kann man alles hier noch rein tun und das wird hier ein bisschen warm sein weil hier der heizungs ausströmer ist also das ist auch noch ein bisschen beheizt das ist sehr schön so dann haben wir hier für den fußraum dahinten natürlich ein heizungs ausströmer hier haben wir die schublade die große wo wir auch eine getränkekiste rein kriegen und soft close natürlich dann haben wir hier verschraubt das kann man hier anheben wahrscheinlich genau da haben wir noch mal ein staufach und da hinten dran kommt seht ihr das da ist auch noch mal ein bisschen platz und das ist clever gemacht hier mit diesem metallbügel dass man hier schön anheben kann und ich habe natürlich hier noch mal zwei gurte das heißt auch hier habe ich vier plätze zum fahren das macht die sache dann natürlich sehr attraktiv so auch wenn das fahrzeug halt so kurz ist sondern schauen wir hier oben da haben wir die beiden lautsprecher leselampen dann haben wir hier natürlich die klappen das sieht super aus hier auch dasselbe und hier oben genau eigentlich wie das jetzt so üblich ist beim mali wo diese schönen kleinen schwenklappen wo man auch mal was ein kriegt also dadurch dass hier die die große ablage entfällt da wegen der großen kopffreiheit ich habe und ich habe hier natürlich noch mal eine ablage und auf der anderen seite genau dasselbe noch mal ein bisschen kleiner weil da die aussparung ist von der tür so dann haben wir hier große frontverblendung damit habe ich jetzt ein steuerelemente zwar direkt zu ihre im zugriff aber eben versteckt und das macht einfach spaß das zu sehen das sind so kleine details die wirklich schön sind da da leuchtet das nur so dezent der küchenblock ist typisch malibo für den wenn wir haben hier zwei flammen kocher mit bier zu zündung dann haben wir hier den das waschbecken was wir schon aus dem 640 er kennen mit dem schneitbrettchen und als regal natürlich noch mal hier das ist ein schönes kleines detail hier kann ich noch mal stauraum schaffen das ist wirklich schön da können wir uns abstellen mich gleichzeitig spüle koche dann kann ich hier was weg stellen da oben drüber dazu 30er steckdose und die zeige ich euch so und natürlich auch ein licht wunderbar so und dann haben wir hier die küchenklappe oben drüber hinten wieder mit dem brettchen damit eben keine dosen oder sonstige sachen denn den stoff dahinter beschädigen dann auf der seite das finde ich sehr schön zwei regale und natürlich hier die beiden kabots ja die beiden schränke natürlich stoffverkleidet das ist einfach hochwertiger das muss man wirklich sagen dass sie super aus so und dann haben wir den kleinen schwenk auf die andere seite hier ist halt der kühlschrank dometic serie 8 die machen wir gerade mal auf zack mit eisfach überschaubarer stauffläche aber was größeres geht hier kaum rein aber dafür habe ich in der tür dass das schöne platz für große flaschen also hier gehen auch die 1 25 flaschen rein ja dann darunter fangen wir mal hier vorne wieder an schublade mit besteckkasten integriert und da ist natürlich in die gas absperren gas absperrhähne und die aussparung für den abfluss zum waschbecken das ist erklärt diesen kleinen ausschnitte so soft close ganz selbstverständlich der preislaste darf man das erwarten hier haben wir zwei abgetrennte fächer in einer großen schublade da passt auch viel rein so auch da soft close klar wollen wir nicht erwähnen dann habe ich hier unten noch mal einen ganz großen und da ist natürlich die aussparung von dem mülleimer muss man nicht großartig erklären das ist so so und wie gesagt gegenüber für getränkekästen da haben wir das und hier ist noch mal wie gesagt ein kleines staufach kriegt man auch noch was rein so der blick nach hinten zum einen was auffällt wir haben es hier offen das heißt wir kommen von hier in die garage ran und wir haben hier ausklappbar die treppe und die abtrennung das heißt ich kann hier auf der einen seite zu machen und dann habe ich hier halt noch mal ein fach das ist schön und wenn ich nicht brauche gerade gucken wie geht das jetzt wieder rein wahrscheinlich da unten genau zack muss man hier schaut mal das so ein kleiner hebel wenn ich jetzt aufwand springt der hoch und dann bleibt er auch offen das ist auch durchdacht runter drücken reinschieben weg ist das ding schön so querliegendes bett das ist großzügig für zwei leute reicht das ja da kann man gut liegen in der breite wird es knapp an die 190 sein also da muss man sich treu und klar sein da sind die beiden bull augen mit der querliegenden verdunklung und natürlich hier hinten an den fenstern da haben wir das volle programm an verdunklung der mittlere schrank und die beiden eckschränke sind identisch über den großen aber wir haben halt hier eine lange klappe wo wir wäsche reinkriegen ja das sieht schon mal gut aus auch da wieder die stoffverkleidung und auf der anderen seite haben wir im prinzip eine etwas kürze das ist aber dem wo ist das kürzer aber nicht wirklich ist genauso lang das ist aber auch hier natürlich jetzt den fehlenden 40 zentimetern geschuldet dass man da einfach ja kürzere klappen hatten dann sieht man hier hinten ich habe noch mal leselicht an der seite mit dem schalter hier ist licht und auf der seite habe ich zwei leselichter mit schalter so und dann sind hier die ablagen noch mal auf beiden seiten wo man auch mal was rein kriegt und natürlich die hübschen eckablagen die wir ja auch schon im 6 40er gesehen haben das ist alles super hiki oben 40 x 40 und dann haben wir hier auf der linken seite unter dem kühlschrank haben wir den kleiderschrank mit licht und natürlich eine schönen großen staureum ecke mit einer kleiderstange da kriege ich ordentlich was also das ist quasi dieser ganze block hier kühlschrank kleiderschrank küche all das ist identisch mit dem mit dem großen auch das bad wenn wir das jetzt mal aufmachen lassen die schiebetür die kennen wir schon die schieben nach hinten weg so und dann haben wir hier unsere drehtoilette die wir von malibu ja schon kennen und hier sieht man so ein bisschen mehr diese plexiglas wände ja die dann vor dem klo hier in diese magnet lippe dran geklipst werden und dann haben wir auf der anderen seite andersrum so hallo guten tag haben wir natürlich auch noch mal dann hier die plexiglas wand die dann vor dem spiegel in dem waschbecken hängt und dann habe ich hier eine relativ große duschkabine muss wirklich sagen also auch hier wird verbunden quasi an dieser kante da unten ist dann plexiglas das geht dann einmal um einen herum und ich habe dann eine großzügige duschecke wo ich als großer mensch auch oben noch an das fenster mich rein stellen also ich bin jetzt 187 und ich würde sogar aufrecht drin stehen können mit duschen muss man gucken so schönes waschbecken kleine ablage für seifen und döschen und so weiter dann habe ich hier oben die bekannte tür ja und da kriege ich auch einiges hinter dann hier das bekannte kleine fach mit der klopapier halterung und dem schlitz wo ich das papier durchführe und da unten die service kappe ja das ist der 600 davon innen und jetzt machen noch mal schwenk nach vorne dass ihr noch einen blick seht wie das dann so aus der sitzhöhe aussieht das ist ungefähr sitzhöhe hier so guckt man da raus das ist schon ein schöner rundumblick wirklich toll jetzt schwenke ich noch mal nach hinten gehe mit euch um das fahrzeug herum und zeige euch noch mal die garage von hinten ja bis gleich so ihr lieben das ist das hübsche heck von dem malibu 600 und wir sehen eigentlich keinen großen unterschied wir haben halt hier das querliegende bett was man jetzt hier in aller seiner pracht sieht der unterschied in der garage ist nicht sonderlich groß sehen schon ein paar fächer weniger wir haben hier die service klappe für die heizung zwei warmluftausströmer für den innenraum dort ist die was wir hier sehen ich so mal vorsichtig ran dass da ist die tür mit der treppe wo ich gleichzeitig auch den innenraum vom oder den der den innenraum von der garage abtrennen kann und ich habe dort hat meine treppe rauf zum bett rechts haben wir beleuchtung und den wassertank der ist von oben zugänglich und links haben wir dann auch das gasflaschen compartment das ist im prinzip identisch auch zu dem 640 hier kriegen wir auch zwei flaschen rein und mit sicherheit auch eine duo kontroll auf anfrage so dass man hier auch bequem flaschen ja wechseln kann automatisiert ohne dass man nachts raus muss weil zu diesem zweck müsste man bei diesem fahrzeug nämlich auch die hektür öffnen das möchte man im winter gerade nicht ansonsten ja ein sehr schönes auto auch auch interessant jetzt mal zu sehen im vergleich zu dem 6 40er mit dem skyroof vorne der gt ist natürlich jetzt auch nochmal unterschied 40 cm länge macht in der stadt eine menge aus wenn man also viele städte steht oder unterwegs ist der kürzere natürlich interessant der hier auf dem leichten fahrwerk natürlich maximal dreieinhalb tonnen ja da ist nicht mehr viel luft nach oben gut ich hoffe dieses video hat euch gefallen ich bedanke mich nochmal bei der firma reisemobile behrens für die gelegenheit dass ich hier diese fahrzeuge filmen durfte und freue mich auf ein nächstes mal wenn es euch gefallen hat lasst ein like da abonniert den kanal da kommt noch viel mehr und damit ihr das nicht verpasst macht auch die glocke an vielen lieben dank und bis demnächst